Hallo und herzlich willkommen bei MusicStore TV. In der heutigen Folge möchte ich euch eine ganz besondere Cajon vorstellen vom renommierten Hersteller Sela, und zwar ist das die K-Sela SE109 in der exklusiven Madeira MusicStore Edition. Das heißt, in diesem Finish ist die nur bei uns erhältlich. Und was die sonst noch so interessant macht, das schauen wir uns in dieser Folge mal ganz genau an. Bis zum nächsten Mal. Die K-Sela SE109 ist eine professionelle Cajon aus dem renommierten Hause Sela. Das schicke Design ist Made in Germany und das sieht man nicht nur an der Optik, sondern das spürt man vor allen Dingen auch bei der hervorragenden Verarbeitung. Das ganze Gehäuse ist aus 15 mm starken Birkenholz und die verstärkten, abgerundeten Ecken sind aus massiven Ahorn mit Clap Corners, was ein besonders ausdrucksstarkes Spielgefühl ermöglicht. Das Besondere an dieser Cajon ist natürlich die exklusive Madeira MusicStore Edition Spielfläche. Das heißt, das ist die bekannte Thin-Spielfläche mit sensibler Ansprache, die ohne Störfrequenzen sich wunderbar bespielen lässt. Die gibt es hier exklusiv bei uns in diesem sehr, sehr, sehr schicken Madeira, finde ich. Sollte euch das wieder erwarten, irgendwann mal nicht mehr gefallen, ist es auch gar kein Problem, das auszutauschen, weil Sela hat die Spielfläche komplett verschraubt. Das heißt, man kann einfach die Schrauben lösen, eine andere Spielfläche draufsetzen und schon hat man eine neue Cajon in völlig neuem Design. Die Cajonne ist ausgestattet mit einer Snare-Traverse. Ich hole die mal eben raus. Die kann man also ganz einfach entnehmen und dann die Dämpfung mit diesem Schaumstoffkeil hier beliebig einstellen. Oder man kann sie auch ganz entfernen und man hat dann einen völlig anderen Cajon-Sound, halt ohne den typischen Snare-Effekt. Nun, ihr habt es gesehen und vor allen Dingen ihr habt es gehört. Wer eine professionelle Cajonne sucht mit hervorragender Verarbeitung und sehr druckvollem Sound, der kommt an der Casela SE109 wirklich nicht vorbei. Und dann noch in der exklusiven Music Store Edition mit diesem schicken Madeira, finde ich. Ja, das gibt es nur bei uns und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann klickt doch einfach den Link unter dem Video und schaut mal bei uns im Shop nach. Da ist alles nochmal ausführlich beschrieben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei MusicStore TV. Bis zum nächsten Mal.